Es ist eine Riesenfreude und gleichzeitig eine Ehre, weil es für uns eine große Bedeutung ist, als deutscher Hersteller, Security made in Germany, diese Auszeichnung dann auch zu gewinnen und wirklich auch zu zeigen, wie wichtig Security für den deutschen Markt ist. Und das ist ein großes Thema. Und dieses Signal zurück ist eine Riesenfreude für uns. Das ist ganz toll. Ja, ganz klar, das ist ein super Team dahinter. Also wir sind nahbar, wir sind der Hersteller zum Anfassen und das ist super wichtig, dass wir nicht nur tolle Technik machen. Das ist klar, in der Security-Welt geht es um Technik, um Geschwindigkeit. Aber es ist mindestens genauso wichtig, wie vertrauensvoll ist man. Wir sind der Hersteller, dem man vertrauen kann und das spiegelt das Team wieder. Wir sind direkt beim Partner, wir sind beim Kunden, wir sind da, wenn es wirklich heiß wird. Und das ist, glaube ich, der große Erfolg. Und das ist natürlich schön, wenn einem das gedankt wird und wir wirklich zum zweiten Mal gewinnen nacheinander eine Riesensache.